95% der Schweizer Bevölkerung hat die Möglichkeit, Glas an einer offiziellen Sammelstelle zurückzugeben und eine Mehrheit beteiligen sich aktiv an diesem gut funktionierenden Recycling. Zusammen mit den Lieferanten hat GOP darum auch bei der Getränkedose nach einer umweltverträglichen Lösung gesucht. Trotz beträchtlichen Produktions- und Transportproblemen ist es gelungen, die Getränkedose durch Recycling Glasflaschen zu ersetzen. Und die liebe GOP-Kunden haben durch eure Bereitschaft zum Umstellen dafür gesorgt, dass die Getränkedosen heute aus unserem Sortiment verschwunden sind. Besten Dank fürs Mitmachen! GOP setzt sich aber auch auf andere Gebiete für den Umweltschutz ein. Diese informative Broschüre, die Sie bei GOP beziehen können, zeigt, wie man zum Beispiel Energie sparen wie man Gewässer schonen kann wie man Küchenabfälle am besten sortiert und wie man mit altem Öl, Chemikalien oder verbrauchten Batterien umgehen muss. Mit diesen praktischen Symbolen sind die meisten Packungen von GOP bezeichnet. Sie sehen also jederzeit, ob Sie eine Packung problemlos einem Kehricht übergeben können, ob es für die Glassammelstelle bestimmt ist, ob Sie es im Laden zurückgeben können oder ob es sich sogar kompostieren lässt. Weitere Umwelttipps finden Sie in der Broschüre, die Sie bei dieser Adresse beziehen können. Guten Abend miteinander! Bouletfleisch ist fettarm, enthält aber viel hochwertiges Eiweiss und ist zudem sehr abwechslungsreich in der Zubereitung. Ich mache es heute mit frischem Estragon. Zuerst das Boulet in etwa 8 Stück teilen, wie ich es so gemacht habe, mit Salz und Pfeffer einreiben und dann auf allen Seiten im heissen Öl gut anbraten. Ich lösche jetzt mit Weisswein ab, streue Estragon-Blättchen darüber und lasse es zudeckt, lasse es schmoren. Nach 30 bis 40 Minuten das Fleisch rausnehmen, auf eine vorgewärmte Platte anrichten, wie Sie es hier sehen, und dann in den Fond einen Löffel Senf einrühren und den Halbrahm mit Maizena verrühren. Die Sauce lassen aufkochen und dann über dem Bouletfleisch anrichten. Am besten servieren Sie das Boulet an Estragon-Sauce mit Trockenreis. Ich wünsche Gute! Bis am nächsten Dienstag gibt es bei Coop drei Dosen Midisweet-Korn für nur 2.40 Franken. Zwei Pack Milano-Waffeln für nur 3.50 Franken. Und breite Gala-Eiernudeln für nur 1.10 Franken. Morgen, übermorgen und am Samstag offeriert Ihnen Coop Auslandische Eperi das Körbchen für nur 2.10 Franken. Auf Wiedersehen! 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 Auf Wiedersehen!